Hi, heute möchte ich dir nur ankündigen, was dich im Dezember erwarten wird. Und zwar habe ich von der Happy Horse Box und der Hoppy Galloppy Box den Adventskalender mir gekauft. Und den möchte ich im Dezember in einem wöchentlichen Video mit dir zusammen auspacken. Damit du den Start der Reihe auch nicht verpasst, kannst du meinen Kanal kostenlos abonnieren. Den Link dazu findest du am Ende des Videos.